Es gibt ein Spendenkonto, das ist auf unserer Facebook-Seite, könnt ihr das ja sehen. Unsere Seite heißt Rassism AD. The Case of Jimmy C. Wir wollen weiterhin auf dieser Seite posten. Wir wollen alle, die einen Fall vorzutragen haben, die ihre Stimme erheben wollen, dabei helfen, auch gehört zu werden, so gut wir das halt können. So, und es ist immer eine Arbeit von ein paar Personen, sowas hier zu sagen, zustande zu bringen. Es sind immer die kleinen Leute, die sich bewegen, um große Dinge zu tun. Also guckt auf der Seite nach, unterstützt uns, unterstützt Jimmy. Denn da werden jetzt Anwälsauffassen auf ihn zukommen. Und weiß der Geier, was sonst noch alles passiert, sobald die Presse wieder aufhört, uns zuzugucken. Ansonsten werden wir jetzt eine Delegation gründen, die zu Jimmy nach Hause geht und ihm berichtet, was hier passiert ist. Wer von welchem Verein gerne jemanden mitschicken möchte, kommt doch bitte zu uns und sagt uns Bescheid. Und ansonsten möchte ich unseren DJ bitten, spielt uns das Lied von den Kenianern aus Köln, von Everblazing Sound Production, die haben das Lied extra für Jimmy geschrieben. Und pick up out in Köln.